Wo Blätter tanzen, glüht ein Feuer. Der Glanz des Hokage strahlt auf das Dorf. Wieder erblühen junge Knospen in Konoha. Jutsu der Schattendoppelgänger! Bist du Narutos Sohn? Konnichiwa liebe Nakamas und herzlich willkommen wieder bei Alter ihr und wir. Ja meine Lieben es ist endlich soweit. Am 20. Februar wird der neue Boruto The Movie von KSM Anime auf Blu-ray und DVD veröffentlicht. Und ich meine Lieben habe dank KSM Anime die Möglichkeit an euch liebe Nakamas eine Blu-ray mit zu verlohen. Aber was müsst ihr denn dafür tun? Ganz einfach. Das Ganze wird diesmal auf Instagram stattfinden. Seid von daher aktiver Abonnent auf Instagram und beantwortet mir folgende Frage. Welcher ist euer Lieblingscharakter aus Naruto? Ich bin schon sehr auf eure Antworten gespannt. Und aus den gewählten Charakteren werde ich ein Top 5 Video dazu machen. Der Einsendeschluss ist dann der 18.02.2017. Ich wünsche euch von daher allen viel Glück und Spaß dabei. Habt ein wunderschönes Wochenende. Und nochmal Arigato Gozaimasu am KSM Anime. Das war dann Alter ihr und wir mit euren Alter ihr. Und wir meine Lieben das seid ihr. Gemeinsam sind wir hier in der Welt von Naruto. Auf ein Like oder ein Abo würde ich mich freuen. Und von daher See you later, Alligator und bis zum nächsten Mal wieder bei Alter ihr und wir. Bis zum nächsten Mal wieder.